Sind du schon wieder in Kai? So, wir sind wieder da! Und wie ihr seht, ich hab jetzt nen Hund, der passt zu meinem Ausbild. Ist grau, schwarz. Sarah, nicht! Drückt B, drückt B, oder ich töte dich. Ihr drückt A Philipp, was machst du? Jetzt ist schön langsam für Sarah. Wir schütteln die Bücher mal vorwärtsschlagen. Schütteln! Was war schütteln? Komm, wir schütteln die Bücher mal vorwärtsschlagen. Wir schütteln! Du hast die Hunde strafft, um dir einfach was zu schlagen. Kontrollstick! Das ist mir da vergessen. Das ist ein Kajak! Wir sind besser! Das geht auf die Arme, wenn du das sechsmal hintereinander machen musst für nen Silberschlüssel. Ich hab's aber geschafft, weil ich der Beste bin. Ein bisschen war ja. Ich bin an meinem anderen Sohn da losgeworden. Enkel. Enkel, mein ich ja. Dein Bruder. Du alte Sau, gell. Du tust vielleicht auch für uns die genauso aus wie du. Sarah, wieder ganz hin? Ich hab's dir gemacht. Das ist schön, dass das war so. Ja. Nein! Ja, ich hab's dir gemacht. Ja, kiek. Nub, nub, nub. Der Versaar steigt dich. Stein. Nein. Abgestein. Wer ist denn so doof? Sarah. Ich glaube, Sarah wäre echt gefordert, die ganzen Schlüssel einzusammeln. Ja. Das ist total simpel. Das kostet bloß verdammt viel Zeit. Zeit. Nein. Zeit. Zeit. Wir sind bei 1,30, Sarah ist bei 2,10. Ich werde sie dann nicht so schätzen verschießen. Ich schieße mir nie eine Einleitung durch. Ich schieße es trotzdem nicht. Ich bin ja auch freundlich durchgeschließt. Ich gucke mir was mit den Bildern an. Dann ist ja hier endlich mal das Ziel. Ah, perfekt. Einsam geht. Einsam geht. Vorsicht, Vorsicht. Nein. Der ist verfehlt. Ah, ich sehe das Ziel, glaube ich. Der ist ein scheiß Stein. Wie geil ist das Ziel? Jetzt kommt die alte Schrulle an. Die hat auch schon eins verfehlt. Die alte Schrulle? Nein, ich bitte nicht mehr. Dann muss ich jetzt einfach noch ins Ziel kommen? Nein. Okay, dann fahr ich jetzt einfach durch. Nein. Das kann nicht dauern. Ja. Na, du hast das Ding verloren. Ich steig jetzt auf die Teile. Okay. Ich sag's doch, Sarah ist nur Ballast. Wir müssen sie abwerfen. Juhu. Was hinst du auf? Du uns den gefallen. Warum lachst du? Warum? Ich mein's ernst. Das ist ein Netz vor. Ich bin erst mal für die Zeige gespannt. Ich bin erst mal für die Zeige gespannt. Ich drücke auf. Zwölffach wählen. Es gab einen Zeigen. Wie hast du das gemacht? Ich bin erst mal für die Zeige. Ich bin erst mal für die Zeige. Ich bin erst mal für die Zeige. Gratuliere, Robin Phillips. Ah, du warst scheiße. Geländewagen fahren. Robin Phillips habe ich gemacht. Ich bin erst mal für die Zeige. Ich bin erst mal für die Zeige. Ah! Drücke auf! Drücke auf! Drücke auf! Ich hab' ich doch. Ne, gucke! Ne, ist da! Da unten ist ganz... Aber das ging nach die ganze Zeit immer, wenn ich A gedrückt hab! Robin, mach was! Bring sie weg, ich tu ihr weh! Drücke auf! Und ich sag' nur so drücke auf! Ich stöte sie! Jetzt müssen wir den Scheißjuvee nochmal wegen dir runterfahren, das kannst du knicken! Ich stöte sie! Sag sie zu mir drücke A, dann drück sie gleich dreimal hintereinander falsch. Wie kann man so unfies sein? Schlag den Raab! Du kannst mal so unfies sein! Ich schlag den Raab! Okay, fahre mit mir! Ich fahre mit mir! Ich fahre mit mir! Ja, ich fahre mit mir! Ja, ich fahre mit mir! Undi! Ja, komm mal! Hab' ich jetzt den Blondi und? Komm mal, schil'n bisschen! Ich fahre mit mir, den hier schlag! Ich fahre mit mir da hund, wie da hund mir was lecken kann! Ich fahre mit mir da hund, wie da hund mir was lecken kann! Ja! Fühlst du dich wohl, Sarah? Ja! kranken menschen die hier wohnen aber ich bin aber ohne anstieg fahren so kann ich jetzt ja jetzt ist über gerne wie wir machen zu fahren wir werden da vorne mit meinem bruder oma machen platt warum bin ich ganz hinten habe ich lust da denke ich ernst von der strecke auf die anautos sind auf einmal weg nein die abkürzung so ein dreck ich bin im wasser habe mich gerettet ob ich wird gewinnen ja bist du auch man kann hier fahren wie man will in dem spiel man muss auch man muss halt nur der erste am ziel sein und ich hab's vergessen bin jetzt falsch gefahren komplett falsch ob jetzt alles an ihr von das blaue große musst du hin nein das ist ein felsen das ist ein felsen gut gemacht da kannst du bei cajou mitspielen so schlau wie du bist wuuhuuu warte mal ist es wir müssen da alle hin wir müssen da jetzt alle hin nee sorry das machen wir nicht ich bin zu weit weg aber ich bin so weit weg nein ich bin im wasser nein ich bin im baum wo bist du mir in den Land gefahren? ich weiß wie ich lang muss ich bin ins wasser gefahren du musst du Kajak spielen du musst du Kajak spielen du denkst du sagst wo ich lang muss du links halten kann du sagst mir jetzt übertreibst du einfach auf der straßen fahren nein ich bin in den ganzen haften aber der große Pfeil in Zeit der überdimensional ist da ist boi der nächste jetzt haben wir nicht vorgekommen da kann ich ja nicht vorgekommen da da was fand ich nicht Minion ist jetzt nicht er ernst sei es vorbei na ja vorbei ganz nachher alles war oh mein jungen mit einem coolen Ausbild ich bin jetzt glücklich ich habe einen hohen ich habe ein geiles Ausbild ich hab's einen Lein dazu an ich muss die physischen Luft nicht bleiben jetzt kommt das ist am anfang jetzt und schießen ist dann alles neben doppelkajak nein so ein rafting ich kann mich mal um unseres handels und ihr macht geht schon mal dahin wo ihr hin soll und dann war ich Da fährt man sich nicht so einfach. Guck mal, ich bin so schlecht im Autofahren sein. Ich würde ja nicht sagen, typisch Frau, aber... So kompliziert ist es ja nun auch nicht. Ich weiß auch nicht, Jussi, ja, dann ist das. Ich bin ja noch Oma schon, ja, aber was ist denn? Schauen wir mal was noch hin. Was, schon da? Im Bett zu graben. So, Philipp schafft nicht mal sein Bett zu beziehen. Knappt ihr ein Paddel und eine Schlappung. Opsi. Philipp, sauber. Gucken wir uns das nochmal an. Spiele 1 gibt Anweisungen. Anweisungen entgeben. Also, das bin ich, ich gebe dir Anweisungen. Der Oma nach deinem... weiß ich nicht. Kann sein, was ich jetzt bin und ich jetzt auch angemacht hab. Also, ich sag klingst oder rechts? Ich denke mal du. Ich hoffe nicht, dass Sarah bei uns im Boot sitzt. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Wenn ich nach rechts sag, dann müsst ihr ja nach rechts... Das müssen die rechten, Rudolf. Ja, Sarah versteht sich. Die schüttelt einfach, wie blöd. Jetzt schütteln alle. Geradeaus, wir schütteln alle. Geradeaus, wir schütteln alle. Nur die Linken. Die Rechten meine ich. Geradeaus. Sarah. Was denn? Die Anweisungen. Jetzt meinst du, warum ich die gebe? Jetzt nur die Linken. Jetzt nur die auf der anderen Seite. Also Robin. Jetzt nur wir, Sarah. Jetzt nur Robin. Jetzt nur wir. Jetzt nur... Was? Sarah. Sarah, es geht nach links. Jetzt alle. Wir sind erst mal in die Hand gefahren. Sarah, komm zu Rudern! Ich mach das schon gar nicht mehr. Alle, alle, alle. Sarah, nicht mehr. Doch, Sarah muss. Jetzt ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ja. Der Phil drückt auch manchmal, wie er will. Deswegen muss man ein bisschen selber fangen. Jetzt müssen wir alle zum Beispiel. Jetzt müssen wir noch ihr. Ich glaube, ich hab das ja ganz knapp durchzukommen. Jetzt müsst ihr wieder wahrscheinlich. Okay, dann geht erstmal unter Wasser. Robin, du musst Rudern. Jetzt hier. Geradeaus. Jetzt wieder Sarah. Nicht wir, Sarah, nicht hier. Jetzt wir. Sarah. Na ja, irgendwann hinter der normalen Zeit. Dann kann das auch nicht positiv verachten. Und die sind Winnie. Ich glaub, hier bin ich vom Keimfaden. Ich glaub, einen schwarzen Schäferhund. Ja. Der Blondi heißt. Ja, ich glaub, der von links war auch schwarz. Also... Nicht blond! Nein, war er nicht. Ich glaub, der da bin ich schwarz zu verraten. Ist der was schwarzes bei sich, Alter? Ist das so? Unglaublich, ich hab doch geschafft. Ah, Schießen, ganz ehrlich. Jetzt viermal hintereinander. Manche Schießspiele sind witzig, manche nicht. Weil jetzt viermal hintereinander kommt. Los Sarah, drück. Verstehst du ja nicht? Und hiernach geht's noch an die Stadt... Wieso, ich will auch gar nicht. Ja, drück. Hiernach geht's in die Stadt-Research. Und das wird das Schlimmste von allen. Weil da heißt Rollstuhl, damit sagen sie sich so dermaßen dem nicht anstecken. Bobby und A. Bobby steckt's mir ins Auto. Ich fahr doch nicht nach da unten, ich würd schon sagen. Ich bin behindert. Oma? Hm? Hast du Lust? Nein. Verkampen. Oh, bitte schlafen. Ich weiß ja wohl, ich steck da aus mit dieser. Ich weiß ja nicht. Ich meine, keine Schnur zu schweizen. Hm, Sarah hat sich was dabei gedacht, dass wir uns das noch einen Tag rausgenommen haben. Was ist doch doof. Oh Gott... Mann. Mann. Na toll, ich hab' nicht vergessen Stempel zu machen. Oh, Mann. Wollt du mal bei mir. Mach, jetzt ist das Spiel aber vorbei. Jetzt sind wir aber Game Over. Ich bin blau. Ich bin pink. Alles klar. Nicht schlecht. das ist viel zu chaos mäßig ich glaube ich ja nicht muss alleine spielen wo ich mehr zeit habe aber noch mal auf du hast die ganze schiengewehr ich sehe nur pink die blöde sarah das wird nicht ich dachte erst so viel man brauche ihn immer auf ich komme mit meinem punkt ich habe noch 100 verpfungung ich komme nicht aneinander tatsache auch noch so viel wie ich und das ist ein spiel zu ende ein punkt mehr hatte der drucker nacken und ich wünsche ich ja und meine roten stieb sexy so leute wir sehen uns nächste folge und der letzten folge im bergberg resort danach geht im start resort bis zum nächsten mal mit dem ich außer sarah die mal keine